So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine kleine Breaking-News-Folge. Eigentlich war für heute Raider Mittwoch am Donnerstag aufgenommen, gestern Abend noch habe ich mir die Zeit genommen, aber aus gegebenem Anlass muss ich jetzt kurz mal das hier machen. Ich nehme mir kurz die 5 Minuten, denn ihr wisst, das Drachen-Event läuft. Viele Leute waren jetzt nicht ganz so gehypt auf das Drachen-Event, obwohl die Drachen-Events eigentlich immer ganz cool finden. Gerade die Dratini-Bonbons haben natürlich wieder gut geschmeckt. Aber die Leute waren enttäuscht von den Spawns. Jetzt gab es ja diese globale Herausforderung und durch diese, wenn wir das Ziel erreicht haben, diese 10 guten Würfe, die da oben stehen, ob ich die Zahl nicht lesen kann, gab es ja nochmal besondere Boni, die sind jetzt aktiv und die meisten werden gar nicht wissen, was sind das denn für Boni oder wo kann man das denn nochmal nachlesen? Das wurde ja auf dem Blogpost auf dem offiziellen, wo überall nur Fragezeichen waren, jetzt aktualisiert. Erstmal gibt es ja diese besonderen Attacken, meistens halt für diese C-Day-Pokémon, die es da gab, Libeldrack, Knackrack, Altaria, Bruderlander, Uhafnir. Wenn ihr einen C-Day verpasst habt, noch eine Attacke nachholen wollt, könnt ihr das jetzt machen. Wenn ihr also jetzt eins von denen entwickelt, kriegen die ihre C-Day-Attacke, die sie sonst normal nicht kriegen würden. Für mich empfehlenswert wäre natürlich Knackrack, dass das dann wieder Erdkräfte erlernen kann. Also wenn ihr noch einen Kaumalat habt, vielleicht habt ihr bei der Rocket-Übernahme Krypto-Kaumalat mitgenommen, habt das noch nicht entwickelt, dann entwickelt das jetzt, was das dann auch Erdkräfte bekommen. Denn das ist einer der besten Moves für Knackrack. Auf jeden Fall vom Typ Boden her der beste, den er dann haben kann. Bruderlander finde ich auch noch sehr empfehlenswert. Hat ja auch nochmal eine Mega-Entwicklung, genauso wie Knackrack. Und naja, kann halt mit Drago-Meteor, ist das nicht so cool wie Wutanfall. Wutanfall hat Drago-Raner zum Beispiel immer. Da brauchst du keine C-Day-Attacke, da kannst du einfach immer entwickeln. Bei Bruderlander lohnt es sich jetzt auch zu entwickeln für Wutanfall. Ich hatte auch einen Krypto-Kindwurm, das habe ich gepusht. Ich dachte, ich habe es entwickelt, ich habe es nicht entwickelt, ich hatte Glück gehabt. Ich konnte mich bremsen, habe das jetzt entwickelt, vorhin, indem ich es gelesen habe. Es hat Wutanfall, perfekt. So muss das sein. Also bei den Zweien finde ich es am allerwichtigsten. Je nachdem, was ihr mit den anderen vorhabt, könnt ihr da vielleicht auch was machen. Vielleicht nutzt einer die Weltreihe in der GBL oder Altaria, ist ja auch nochmal mit Mega-Entwicklung. Aber mein Tipp, Knackrack, Bruderlander. Dann hat sich in der Wildnis was geändert. Und zwar sind zu den Spawns, die ihr sowieso habt, jetzt nochmal dazugekommen. Kindwurm, Kaumalat, Flampion, Milzer, Capuno, Balgoras, Legios. Kindwurm, auch für Bruderlander-Bombom, sehr genial. Kaumalat, sehr stark, genial. Flampion, richtig krasser Feuerangreifer, sehr genial. Capuno, sehr genial. Triggefalo auch mit Wirbel und dem ganzen Bums, auch ein richtig guter Undichtangreifer. Balgoras, auch richtig guter Gesteinsangreifer. Legios, das ist der Stinger in der Gruppe wieder mal, den braucht ihr eigentlich nicht. Und Milzer, ja, ist trotzdem ein cooles Pokémon. Finde ich jetzt nicht ganz so nützlich, aber es ist halt irgendwie cool, die Leute feiern es. Vielleicht haben sich manche satt gesehen, vielleicht brauchen manche noch das Shiny. Habt ihr jetzt auch wieder vermehrt. Mein Hauptaugenmerk würde auf Kindwurm, Kaumalat liegen. Da noch ein paar Bonbons zu machen. Obwohl Kindwurm, eher Kaumalat. Ich möchte mal eine 6er Armee von Knackrack haben, aber Kindwurm, da reicht mir dann wahrscheinlich ein gutes Bruderlander. Ansonsten setze ich bei Drache dann auf die Drago-Ransen. Da ist mehr Verbindung mit drin und dran. So, ja, ihr könnt eigentlich alles fahren, außer Legios. Das lasst ihr bitte sitzen. In den Raids hat sich noch was geändert. Dann in den 1er Raids ist Miniras noch dazugekommen, als 1er Raid zusätzlich. Und bei den 3er Raids gibt es jetzt noch Bruderlander, was auch Shiny sein kann aus dem 3er Raid, zusätzlich. Man hätte denken können, okay, wenn dann der Bonus aktiv ist, gibt es einfach im 3er Raid nur Bruderlander. Da wäre Zen Long aber nicht mehr da. Oder Bruderlander kommt hinzu, damit Zen Long noch seltener ist. Weil manche Leute haben immer noch keinen Zen Long Raid gefunden, gesehen, gemacht. Sagen, bis irgendwo mal ein 3er ist und in dem 3er dann auch noch Zen Long drin ist, da vergehen 100 Jahre. Jetzt sind es noch mehr 3er Möglichkeiten. Also Zen Long bleibt weiterhin was Besonderes. Besonders hässlich zum Beispiel. Wie ich zum Beispiel sage, ich mag es überhaupt nicht. Man müsste jetzt nicht unbedingt Bruderlander Raids machen, weil Kindwurm gibt es ja auch wild. Sitzt auch häufig rum. Und deswegen, ja, das war eigentlich schon alles. So, findet ihr das Event jetzt dadurch besser, schlechter, genauso. Ich finde es gut, bring nochmal ein bisschen Pepp rein. Aber komisch gemacht, weil sonst wurde das immer so als Ultrabonus und alles. Und hier heimlich still und leise. Zack, und das kriegt keiner mit. Ich muss ja erst wieder darüber berichten. Und, ja, viel Spaß beim Event noch. Wir sehen uns bis dahin. Peace out for Hau und euer Ramses.